Hajjatul Wada, die Abschiedspilgerfahrt des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Die Hajj ist eine der fünf Säulen im Islam. Sie ist die einzige Säule, die ein Muslim nur einmal in seinem Leben machen muss, wenn er das Geld dafür hat und wenn er die Gesundheit dafür hat. Das Gebet zum Beispiel verrichten wir nicht einmal im Leben und auch nicht einmal im Jahr. Nein, wir beten jeden Tag fünfmal. Deswegen ist das Gebet die wichtigste Säule nach der Schahada. Also beten tun wir jeden Tag. Fasten im Ramadan und das Bezahlen der Seker machen wir nur einmal im Jahr. Aber die Hajj machen wir nur einmal im Leben. Und deswegen ist sie etwas ganz Besonderes. Die Pilgerfahrt im Islam wurde im neunten Jahr der Hijra zur Pflicht. In diesem neunten Jahr gab der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seinem Gefährten und guten Freund Abu Bakr den Befehl, die Hajj anzuführen. Im zehnten Jahr hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, beschlossen, selbst die Hajj anzuführen. Als er das den Menschen verkündet hat, sind sehr, sehr viele Muslime mit ihm gekommen. Es waren ungefähr 100.000 Muslime bei der Abschiedspilgerfahrt dabei. Diese Pilgerfahrt wird deswegen Abschiedspilgerfahrt genannt, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, danach nicht mehr so lange gelebt hat und zu seinem Abschied bei dieser Pilgerfahrt noch viele wichtige Botschaften gesprochen hat. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist während dieser Reise auf seinem Kamel Qaswa geritten. Als er in Mekka angekommen war, hat er zuerst sieben Runden um die Kaaba gemacht und danach die sieben Strecken zwischen den Hügeln Safa und Marwa. Später ging es dann für einen Tag nach Mina, wo sie in Zelten übernachtet haben. Einen Tag danach, am Freitag, ging der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit den Muslimen nach Arafa. Und gegen Mittag hat der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, in Arafa eine der wichtigsten Ansprachen seines Lebens gehalten. Er sagte den Muslimen, dass sie sich nicht gegenseitig töten dürfen und dass sie sich nicht beklauen dürfen und dass sie sich auch nicht gegenseitig beleidigen dürfen. Er sagte auch, dass wir gut auf alle Mamas und Schwestern aufpassen sollen. An diesem wichtigen Tag hat Allah auch den Koranvers offenbart, wo er sagt, Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Gegen Abend ging der Prophet und die Muslime nach Musdalifah, um dort zu beten und zu übernachten. Am Tag danach hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Steine auf eine Säule geschmissen, um den Schaitan zu zeigen, dass Allah allmächtig ist. Danach hat er ein Tier geschlachtet und seine Haare zu einer Glatze rasiert. Und danach ging er wieder zur Kaaba, um sie zu umrunden und um zwischen den Hügeln Safa und Marwa umherzugehen. Die nächsten drei Tage war er in Mina und hat die Säulen dort erneut mit Steinen beschmissen. Nach diesen drei Tagen ging er nochmal zur Kaaba, um einen Abschiedstau aufzumachen, um dann wieder nach Hause zu gehen, nach Medina. Und das war er eigentliche Säulen dort. Untertitelung des ZDF, 2020